Wenn du dich zwischen Pandemie, Krieg in Europa und deinen ganz persönlichen Alltagsanforderungen fragst, ob es im Leben noch mehr zu entdecken gibt, dann ist das hier vielleicht ein Angebot für dich. Das Projekt Heute Glauben möchte Ihnen die Gelegenheit geben, sich mit anderen über Gott und die Welt, über Glaube und Sinnfragen auszutauschen. Auf der Heute Glauben Webseite finden Sie viele unterschiedliche Kursangebote und Veranstaltungen. Von der Sinnsuche auf Motorrädern, über das Predigt-Café bis hin zur Spurensuche des Glaubens in deiner eigenen Lebensgeschichte. Begeisterndes und Nachdenkliches. Stöbe auf der Webseite, finde dein Angebot und melde dich unverbindlich an. Herzlich Willkommen!